So, hallo zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Corborn Nations of the Ultra Core mit Azura, mit Holly, die so süß schaut gerade, und mit mir. Schön, dass ihr wieder da seid, Leute. Ja, wir sind heute wieder mal im Sumpf, denn was wollten wir machen, Schatz? Da hinten gab es eine Stelle, gehen wir schon mal hin, wo wir eventuell uns ins Schneegebiet hochbauen können. Genau, und das werden wir uns heute mal anschauen, wo wir da genau hinkommen. Sollen wir diese Piste mitnehmen, Liebling? Ja, machen wir. Einfach ein paar noch. Genau, aber ich bin gerade ein bisschen außer Atem. Das werdet ihr jetzt sicher hören. Meine Pumpe geht gerade so ein bisschen. Ich war gerade im Keller. Oh, Moment, hat gerade irgendwer geschossen, irgend so ein Arsch. Blöd, Mann. Ne, das lassen wir, oder? Ja. Brauchen wir jetzt nicht mehr unbedingt das Zeug. Wir könnten das nächste Mal ja die Brücke nehmen. Ja, ich weiß, ich vergesse die immer wieder. Okay, wo war denn das nochmal? Ich glaube, das war hier hinten irgendwo. Nee, nicht hier. Ja, ich glaube, da oben bei den Hütten. Bei diesen Stollen. Ja, ich glaube auch. Und schauen wir erst mal, ob hier irgendwie hier Halunken herum Zigeunern. Ähm, das war hier, genau. Da unten steht jemand. Den werden wir uns schnappen, hier, den Penner. So. Okay, und dann schnappen wir uns auch gleich mal ein bisschen Holz. Warte mal, ist da noch jemand? Ihr seht schon, die Einstellungen sind sehr moderat. Nee, warte mal, das war hier gar nicht. Ja, egal. Holen wir uns erst mal Holz. Ja, das ist schon jetzt länger her, wo ich das letzte Mal aufgenommen habe. Doch hier, hier war das. So, anderthalb, zwei Wochen her mittlerweile. Ja, viel zu lang. Ja, und da ich immer noch nichts habe, was ich zocken könnte. Genau, bauen wir das hier mal auf. Also außer Korbon. Und mal in das ein oder andere Spiel reingeschaut. Ich glaube, da müssen wir noch eins bauen. Okay, dann schauen wir mal. Genau, da spielen wir einfach nochmal eine Runde Korbon zusammen. Ich habe ja gesagt, wir lassen das offen. So, wo sind wir denn? Hier haben wir euch schon mal. Ach, wir sind hier. Ja, ach so. Verstehe. Moment mal. Wie schaut denn das aus? Aha. Da könnten wir doch einfach mal hier ein bisschen lang schauen, oder? Ja, können wir machen. Ja, mir hat das auch schon sehr gefehlt. Einfach ein bisschen herumstromern. Ja, und deshalb machen wir das. Einfach mal alles mögliche ein bisschen mitnehmen. Einfach was uns so... Moment mal. Wie war denn das hier nochmal? Ne, war da nicht irgendwo was? Oder hier lang? Ja, das ist so eine... Ah ja, genau. Da haben wir uns schon drüber gebaut. Genau. Können wir ja... Wartet mal. Genau. Wir nehmen uns gleich mal hier das Glühwärmchen. Das leuchtet auch noch so schön. Die Laterne hier. Ah, hier geht's hoch. Genau. Da können wir hier nochmal ein bisschen... schauen. Genau. Ich hab mir die Glühwärmchen-Laterne diesmal mitgenommen. Gerade noch so dran gedacht. Genau. Die letzte Folge hab ich ja gesagt. Eigentlich wär man ja im Schneegebiet gewesen. Aber da ist ja der PC dann leider wieder abgedampft. Aber jetzt sind die Temperaturen ja besser. Jetzt warte mal. Wie war das denn hier? Hier kamen wir auch. Ich würde gerne hier hin. Irgendwo. In die Richtung. Weil das sind wir echt nicht oft. Ja, schauen wir mal, wie wir da hochkommen. Ob das von hier überhaupt geht. Oder ob wir da wirklich eine ganz andere Stelle finden müssen. Okay. Da ist eher schlecht. Na, von hier. Na, wie gesagt. Ich wusste es ja auch nicht, wo es da lang geht. Ich glaub, das ist eher schwierig hier. Ja. Scheint mir auch so. Wie käme man dann da eigentlich? Achso. Ja, da muss man hier lang. Tja. Das. Oder wir machen mal das. Wartet mal. Oder kommen wir? Wartet mal. Kommen wir hier vielleicht drauf? Hm. Schauen wir mal. Okay. Ach nö. Warte. Nee, warte. Da ist nix. Okay. Können wir wieder wegreißen. Da ist nix. Hm. Echt schade irgendwie. Oder geht's da noch irgendwie... ...irgendwie woanders lang? Hier vielleicht? Schauen wir mal. Ups. Äh. Kommen wir da? Ah, hier ist wieder rutschig. Ach, scheiße. Na, ich glaub, hier kommen wir eigentlich... ...agentlich nicht rauf. Und hier gehen wir in die entgegengesetzte Richtung. Hm. Geht's hier nochmal irgendwo rauf? Huch. Ja, hier haben wir halt die Brücke. Na, das ist eher... Nee, das ist eher schlecht von hier. Ja. Okay, komm. Dann schauen wir hier mal ein bisschen rum. Ist ja egal, wo wir hingehen. Mhm. Er ist tot. Moment. Da kommt auch wieder einer. Hat er mich echt noch erwischt? Oh, Mann. Ja, ja. Ein gemütlicher Spaziergang, wenn man nicht schnell laufen darf. Hm. So, schauen wir mal. Haben wir da was Interessantes? Zufälligen Eldenbaum oder so? Nö, ich sehe keinen. Okay, dann gehen wir mal da rauf. Ah, ich glaube, da ist eine Sackgasse wieder. Ja, mir scheint auch so... ...nach auf ein Gerümpel hier. Oh. Nehmen wir das Ambrosid mit. Ja, genau. Gut. So, und da sind wir ja dann wieder auf dem regulären Weg. Mhm. Nein, die will ich nicht töten. Ich finde die süß. Und außerdem brauchen wir die Sachen nicht unbedingt. Aber die sind echt schön. Ja, genau. Würde ich auch sagen. Bärchen, den lassen wir auch mal. Ah, die Pilze. Der schaut noch. Hier haben wir Schneeziegen. Was ist denn hier unten? Schauen wir doch mal. Mhm. Und ich sehe jetzt hier nichts Besonderes. Ja, bloß auch wieder Bretter und irgendwas. Ja, nichts Besonderes. Schneeziegen brauchen wir keine. Gibt es ja auch überall jetzt. Hm. Ja, gehen wir langsam nach draußen, oder? Ja, würde ich auch sagen. Einfach im normalen Gebiet noch ein bisschen sammeln. Einfach, was wir so finden. Hardwood. Pff. Eisen. Und solche Dinge. Ja, genau. Davon kann man nie genug haben. Hm. Warte mal. Wir könnten da noch mal ein bisschen langschauen. Vielleicht noch den ein oder anderen Ambusitbrocken mitnehmen. Genau. Perfekt. Kommt der Bär? Schaust du mal in mir? Ja. Ist nix da. Ach, da waren wir ja auch schon öfters oben gestanden. Ah, so ein Alienwirtbaum wäre auch nicht schlecht. Ja, stimmt. Huch. Pils haben wir mal gesagt, lassen wir, oder? Ja, genau. Die sind ja nicht so wichtig als Zutat. Wartet mal. Haben wir hier vielleicht? Wartet mal. Schauen wir mal da raus. Ob da ein Alienwirtbaum ist. Schwefel? Nee, oder? Nee. Stimmt. Brauchen wir nicht. Gab es hier einen Spawn für Alienwirt? Ah. Würde ich... Würde mich ehrlich gesagt wundern. Ich glaube, die sind eher in den höheren Lagen. Hm. Ich glaube auch. Gut. Nicht, dass wir sie brauchen. Ja. Ein bisschen können wir noch hier herumstromern, oder? Ja. Können wir wirklich. Achso, hier war aber auch nicht mehr viel. Moment. Haben wir hier noch Erze? Und hier hatten wir uns schon mal hoch und runter gebaut. Nee, das ist hier auch nicht wirklich interessant. Ah doch. Hier ist nochmal Eisen. Okay. Sollen wir vielleicht doch da hinten nochmal ins Schneegebiet gehen? Da, wo wir jetzt nicht hingekommen sind. Wenn du möchtest. Moment. Wo ging es denn nochmal? Mal hier oben. Ich glaube, da habe ich ein gutes Gefühl. Ja. Auf jeden Fall. Wo sieht. Okay. Gut. Alles klar. So. Speer auf den Rücken. Und weiter geht's. Na, so springfreudig heute. Ja, ich habe Erlan. Da haben wir uns ja auch anderthalb Wochen oder so ausgeruht. Da können wir doch gerne nochmal ein bisschen erkunden und Sachen sammeln. Ja, sehe ich auch so. Ach ja. Und ich hoffe wirklich, dass bald mal was kommt zum Zocken, was schön ist. Ja. Etwas, wo ich vielleicht auch dabei sein kann. Ja, das wäre schön. Aber, ja, haben wir schon mal gesagt. Du bist einmalig. Und dich wird man in keinem anderen Spiel umsetzen können. Denn, also dein Volk gibt es ja auch nur hier. Ja. Verstehe. So, gut. Sind wir hier mal draußen. Und ich würde sagen, hier unten, dann rufen wir mal Holly zurück. Das ist schon ganz schön weit, immer zu Fuß. Wir sind bequem geworben, weißt du das, Azura? Ja, ja, schon ein bisschen. Ja, aber ich glaube, äh, warum bin ich jetzt hier abgerutscht? Äh, da ist sie ja. Hallo, Holly. Hast du Lust heute ein bisschen? Ja, sehr schön. Genau, dann gehen wir dahinter. Und schauen wir mal, was da hinten noch ist. Genau, ja. Vielleicht den einen oder anderen Ellenwood. Aber ich glaube nicht, dass wir heute Glück haben. Oh, nicht so pessimistisch. Nee. Ich habe das nur einfach im Gefühl gehabt. Okay, verstehe. Moment. Wie können wir denn da eigentlich am besten hin? Wir müssen... Warte mal, wo war denn die Brücke? War die hier? Na, keine Ahnung. Hier kommen wir nicht lang. Das heißt, wir müssen hier außen lang. Warte mal. Hier vielleicht vorbei. Hier ist noch mal Eisen. Schnapp ich mir. Wie viel Eisen haben wir denn? Warte mal. Stein schmeißen wir mal raus. Ja, Eisen ist in Ordnung. Okay. Ja, 135 haben wir. Okay. Na, warte mal. Kommen wir hier vorbei eigentlich? Ich glaube, hier kommen wir mit Holly gar nicht hoch, oder? Ja, ich kann eh nicht aufsteigen. Das ist immer, wenn man sich so ein bisschen fragwürdig parkt, weißt du? Ja, dann gehen wir halt ein bisschen zu Fuß und holen mal die gutem. Aber das Gemüse muss raus. Warte mal. Und das könnten wir auch ausschmeißen. Wir haben genug Harz und Dunkelholz zum Hochbauen. Hier können wir sie wieder rufen. Moment mal. Och nein. Echt jetzt? Schon wieder der blöde Bug. Oh Mann, ey. Ach, schauen wir mal, ob wir da irgendwas dagegen machen können. Hm. So, Moment, wo war denn das? Es war weiter hier vorne, gell? Ja, ich glaube auch. Irgendwo hier. Äh, oder? Ne, warte mal. Ne, wir sind hier nicht richtig. Da ist ja noch der kleine Friedhof. Ah ja. Huch. Warte mal, kämen wir hier rauf? Warte mal, kommen wir diesen Wasserfall hoch zufällig? Holly? Ne, das ist zu steil. Was? 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 Ich werde bekloppt. Holly, du bist ja so cool. Alter. Sie kommt diesen Wasserfall rauf. Ja, Hammer, ey. Das ist ja geil. Wie cool. Scheiße. Werden wir jetzt zu Fuß auch hochgekommen? Ich weiß nicht. Ist ja der Hammer. Ja, voll geil. Holly, du bist so cool. Ich kann einen Wasserfall rauflaufen. Genial. Echt geniales Mädchen. Okay, also hier habe ich nichts gesehen an Gold und so. Tja. Aber was machen wir jetzt mit dem Bug? Ja. Hm. Ja. Was werden wir da schon machen müssen? Das Spiel neu starten. Oh. Ja. Ach, Manu. Ach, hier gehen wir zu Fuß, oder? Ja. Ja. Ach, das ist so dumm. Warte mal, probieren wir es nochmal zum Hauptmenü zurück. Schauen wir mal, ob das funktioniert, ob wir da wieder starten können. Oh, Mann, ey. Diese Bugs, echt. Die habe ich echt nicht vermisst, Leute. Glaubt mir. So, nehmen wir nochmal einen Kaffee. Naja, gut, einzig. Naja, die Folge ist relativ kurz gewesen. Okay, schauen wir mal, ob es funktioniert. Musik ist weg. Ah, okay. Okay. Also, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt, zum wieder reinladen, dann passt es wieder. Ja, aber jetzt brauchen wir halt einfach noch nicht ausmachen. So eine halbe Stunde Video hätte ich schon gerne. Obwohl du mal gesagt hast, dass du eher kürzere Folgen machen wolltest. Ja, ja. Okay, passt wieder. Gut, Holly ist nicht da. Gut, dann stellen wir wieder alles ein. Sammeln machen wir minimal höher. Naja, fünf ist zu viel, genau. Ähm... So, okay. Gut. Dann rüber. Okay. Na. Sehr hartnäckig, dieser Haufen Holz hier. So, gut. Aha, das ist das... Dieses Schnee, was man von hier unten sieht, oder? Äh... Ja, ja, genau. Okay. Gut, dann schauen wir mal hoch. Warte mal, da ist Eisen noch. Oder? Ja. Genau, ich würde sagen, zweimal Eisen, das reicht. Wie viel haben wir jetzt? Okay, so vielleicht noch einmal irgendwo draufhauen. Das passt dann. Okay. Was ist denn das da hinten eigentlich für eine Riesenbrücke? Hm. Na, gute Frage. Nächste Frage. Werden wir ja, sonst sehen wir, wer da oben sind. Ja. Okay. Schauen wir einfach mal ein bisschen rum. Hier ist nochmal Eisen. Okay, super. Okay. Ich glaube, das müsste genau passen. Okay. Schmeißen wir den Rest raus. Ich lasse lieber die Waffe im Anschlag. Ist sicher. Ja. Würde ich auch sagen. Hm. Wieso bin ich denn nass vom Schnee? Na, kann sein. Also, ein schönes pinkes Bäumchen wäre doch nicht schlecht, oder? Hm. Wäre wirklich klasse. So, wir sind jetzt wo? Ja, passt doch. Jetzt schauen wir mal da hinten lang. Da war früher auch immer was. Ah, warte mal. Schauen wir mal da hoch. Hm, okay. Warte mal. Okay. Eine einsame Ziege, sonst nichts. Okay. Okay. Wieder runter da. Warte mal, Mikro, komm mal näher her. Ja, da. Da wollte ich schon wieder so ein Blödmann schießen. Tja. Die Nervensäge sind halt überall da und aggressiv. Ein Bärchen lassen wir. Okay. So, dann schauen wir mal da rauf. Auch ganz schönes Schneegestüber hier. Aber gut, dass wir die Glühmchenflasche dabei haben. Okay, Eisen hat mir gesagt nicht mehr. Dann geht es ganz schön weit rauf. Ja. Schauen wir mal, ob wir da einen Baum haben oder nicht. Nichts besonderes. Ah, da ist die, die Grisshöhle. Ja, beziehungsweise Frostmanhöhle eher. Ach so. Ja, ich glaube, mich zu erinnern. Äh. Ah, schauen wir mal hier hoch. Okay. Hallo, Ziegis. Warte mal. Du musst hier leider weg. Was ist denn mit dem hier schon wieder? Nimm mal das Fellmann mit hier. Okay, also hier ist nix. Hm. Okay. Hier hatten wir doch das letzte Mal einen, oder? Als wir hier waren. Einen Baum. Ja. Ich glaube schon. Dann irgendwo rechts, oder? Ja. Ich glaube schon. Oder hier unten. Hm. Schauen wir mal. Aber ich sehe gerade keinen. Nee, der war doch da unten, oder? Ja. Ich bin mir nicht mehr so sicher. Moment. Sie schießen wieder. Die Artillerie. Hier könnte man hoch. Genau. Hier haben wir nochmal Ambusit. Habe ich auch immer wieder mal Royalied gesagt. Oder ich weiß nicht. Manchmal vertue ich mich da bei den Materialien. Das ist die Aufnahme, Leute. Oder wenn ich nervös bin, dann rede ich mal wieder Quatsch. Hm. Kommt vor. Ich glaube, da gibt es Schlimmeres. Ja. Ach, das ist die Grisshöhle. Ja, genau. Hier ist auch nochmal. Sehr schön. Nochmal Ambusit. Okay. Und hier sind wir hochgekommen, glaube ich. Warte mal. Ich glaube, du kamst hier hoch, oder? Moment. Ach, hier. Moment. Äh. Moment. Oder war das von hier? Ah, von hier. Okay. Gut. Genau, hier sind sie. Die Frostmains. Äh, der... Die müssen leider weg. Ich hätte gerne... Warte mal, haben wir das Fell mitgenommen? Ja, haben wir. Ja. Aha, Orbeer. Ach so, und... Aha, da sind wir ganz oben. Ja, und hier ist nichts mehr. Schade. Ihr habt so Kupfereinschlüsse. Echt, schaut echt cool aus. Ich mag die total. Ja, ich auch. Und es ist schön, dass die... Dass die Eisziegen nicht mehr aggressiv sind. Da kommen ja jetzt immer Nachtziegen. In der Nacht. Und die verschwinden hier. Hm. Oh, warte mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Lassen wir den einfach mal hier. Mhm. Okay. Gut. Also wie gesagt, Baum... Habe ich keinen gesehen. Warte mal, da könnte... Ah. Hier ist aber nochmal... Ambusit. Na, sind die Bäume wahrscheinlich eher im Süden heute. Moment. Schauen wir mal, wie viel Ambusit wir schon haben. Oh, wir haben es genug. Okay, brauchen wir auch nicht mehr. Nehmen wir jetzt auch nur zwei mit. Aber ich würde halt gerne noch andere Sachen mitnehmen von unten. Mhm. Ja. Wirklich kein Baum hier. Ne, ich sehe keinen. Okay. Dann wird ja auch keiner sein. Wenn wir beide den übersehen... Wartet mal. Hier war ja auch keiner. Hier ist ein Bärchi. Der bewachte Schwefel. Okay. Warte mal. Oh, da hätten wir aber Gold da unten. Ja, schnappen wir uns das noch. Gerade noch im Augenwinkel gesehen. Hm, sehr gut. Ich werde dran vorbeigelaufen. Ja, mal sieht der eine mehr, mal der andere. Wie gesagt, wir sind ein gutes Team. Ja, das stimmt. Nicht nur hier im Spiel, würde ich sagen. Hm. So, Mondstein lassen wir. Und hier geht's. Alter. Ist das das Gasthaus im Sumpf, oder? Ja, ich glaube auch. Okay. Dann würde ich sagen, dann verschwinden wir erstmal von hier. Und in der nächsten Folge, die wir gleich aufnehmen. Hast du Lust? Ja, auf jeden Fall. Das wird das einfach nochmal zusammen machen. Im Anschluss ein bisschen, ja, in den... Oh, warte mal, Nachtziegen. Einfach in den Wäldern oder so ein bisschen sammeln. Ja, genau. Habe ich jetzt auch eher Lust. Moment, da kürzen wir mal ab. Auf die nervigen Nachtziegen habe ich keine Lust. Das ist nur Eisen. Moment, was haben wir... Achso. Das sind irgendwie hier Steine. So, jetzt schauen wir mal, wie wir von hier wieder rauskommen. Ja, Eisen gibt's hier ohne Ende. Das ist Wahnsinn. So, Moment. Lass uns mal schauen. Wir müssen einfach hier geradeaus. Holen wir mal, Holly. Mhm. Und verschwinden von hier. Ich hab jetzt eigentlich gar keine Lust mehr auf Kälte irgendwie. Mhm. Außer im Real Life. Das kältet ja momentan echt angenehm. Warum sind die nur so aggressiv? Ich verstehe diese Ziegen nicht. Die könnten sich doch... Ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen? Was abschauen von den... Von den Tagviechern. Ja. Das... Da stimme ich dir absolut zu. So, jetzt warte mal. Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Da haben wir so ein Eisbär. Ach, hier ist die Brücke. Okay. Warte mal. Genau, da müssten wir... Hier runter einfach, oder? Ja. Du, ich möchte mal was ausprobieren, ob ich hier auch hochkomme. Okay. Äh, Moment. Wo stimme denn Holly ab? Hier, hier geht's rauf nochmal. Weil es schaut halt nicht so aus, als ob man da hochkäme. Aber Holly ist da hochgekommen. Ja, das geht doch senkrecht hoch. Ja. Schauen wir mal. Probieren wir das mal aus. Oh nein, ich komme hier auch rauf. Hä, ist ja cool. Das habe ich echt nicht gewusst, Leute. Dass man diesen Wasserfall hier hochkommt. Wie cool. Interessant. Ja. Okay, dann suchen wir uns mal einen schönen Platz, wo wir dann ausloggen können. Mhm. Machst du noch ein Backup? Ja, würde ich sagen. Wir haben ja schon einiges geschafft. Und erkundet. Ich glaube, das passt. Hier auf der Brücke? Mhm, genau. Das können wir machen. Warte mal, ist das die kaputte Brücke? Nee, ah nee, passt. Ja, die Brücken, ihren Armbrust, die alle kaputt. Oh Mann. Okay, hier ist doch schön. Ja, genau, würde ich auch sagen. Okay, Leute, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Freut mich, dass ihr wieder da wart. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wann immer auch das sein wird. Ciao und Servus.